Hallo und herzlich willkommen zu einer anderen Folge Destin 2 hier auf meinem Kanal und heute zeige ich euch mal ein weiteres Easter Egg und zwar diesmal auf der Farm, nicht auf dem Turm. Und ja, wir müssen dafür dieses Haus hier hochgehen, diese Kabel entlang hier rüber, dann bekommt ihr Senti Ränge 2 durchs Sterben, weil ich habe es gerade schon zweimal probiert aufzunehmen. Einmal war es komplett dämlich, da bin ich komplett einfach mal rausgeflogen, also in den Orbit zurück. Und das eine nochmal bin ich dabei gestorben und dann ist der Effekt weg und dann muss man eben alles von neu machen. Und ich war am Ende. Ich hätte bloß auch ein paar Meter laufen müssen. Gut, dann geht ihr hier, wenn ihr das habt, dann aktiviert das und ja, ihr könnt jetzt richtig hoch springen. Und müsst jetzt diesen Parcours laufen, weil das würde dann wieder weggenommen werden, nämlich nach einer Zeit. Deshalb macht den Parcours. Bitte nicht töten. Hier könnt ihr mal übrigens auch noch mal sehen. Und dann könnt ihr auch noch was untersuchen. Okay, hier solltet ihr vorsichtig sein, weil da bin ich gerade nämlich gestorben. Gut, jetzt müsst ihr in dieses Licht nachlaufen und dann habt ihr den Parcours bestanden. Ich habe ihn mit 83 Sekunden geschafft. Und ja, jetzt könnt ihr richtig weit hoch springen und seid auch ziemlich schnell unterwegs, wenn ihr rennt. Und ja, ihr könnt eure Freunde trollen und ja, was ihr wollt. Ja gut, dann würde ich mal sagen, das war es erst mal mit diesem Video. Haut rein Leute, hier ist noch einer, der es hat. Und ja, bis jetzt war es wieder und ciao.